Wie lange können Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Munker, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Alles Gute, ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Die Vaterhof, die Weiseltung von der Vaterkirche, Untertitelung des ZDF, 2020